Also Lilly, im Handel arbeitet man ja auch mit Menschen. Das waren die Worte, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Besteht dein Leben wirklich nur daraus, jeden Tag auf dieselbe Arbeit zu gehen? Mit denselben Leuten und der gleichen Tätigkeit? Besteht es nur daraus, sich in eine Gesellschaft einzufügen und sich in eine Form pressen zu lassen? Wäre es nicht eigentlich viel schöner, an die entferntesten Orte zu reisen, die verschiedensten Nationalitäten kennenzulernen?